halloa ja jetzt probiere ich mal supermarket mania 2 optionen natürlich nicht viel ja gut machen wir mal die stoweit ok ja ja weiß ich bescheid so wir fangen an mit level 1 main goal 100 dollar so einen kleinen schluck und ab die poste was müssen wir hier machen auffüllen dann hier rein ach so ok ach die müssen wir so ein ding bringen wo ist ja gut da gehen die schon mal allein in das gut was die lahmarschig wo die kauf den ganzen dingen leer ich gehe kaputt so her mit den tatas da kommt noch eine oma und schon wieder wurst füllen wir mal den land den einkaufswagen noch mal auf und fahren ok so ein bisschen aufladen kauf nicht so viel wurst olle so müssen wir den einkaufswagen noch mal voll machen und würde sagen erstmal abkassieren dann da hinten noch mal und ganz schnell wieder abkassieren naja ich würde sagen flugt nach das ging ja schnell ah ok tja sauber so level 2 vielleicht ein bisschen ach du scheiße muss man sogar sauber machen mhm so verdammt empty card Boah, da ist schon wieder ein Geklicke hier. Boah, alles auffüllen. Schnell, schnell. So. Und ab, nachfüllen. Gibt Galle. So, wir füllen nochmal auf. Oh, wir müssen den Laden sauber machen. Krieg bestimmt Punkteabzug, ne? Ne, krieg ich doch nicht. Okay. So, was ist das? Upgrade Time. Ja gut, das haben wir. Was ist das hier? Okay, dann fangen wir die Mission. Ach du Scheiße. Da. Was muss ich denn hier machen? Ah, Milkshake. Ja, guck an. So, Hähnchen will der junge Mann. Kriegt er. Äh, auffüllen. Dum, dum, dum. Boah, das geht mir ja schon wieder zu schnell. Nein. Was willst du denn? Fuck. Fuck. Oh, ich blicke hier nochmal durch. Alter, Vater. Das ist ein bisschen tricky. So, läuft doch schon besser. Relativ. Hm. Wir müssen ein bisschen Kohle verdienen. Ansonsten wird das nix. So. Das ist schon ein bisschen faster, würde ich sagen. Ganz herumgeklicken. Upgrade time, okay. Oh, jetzt haben wir eine Kaffeemaschine. Cookies, okay. So. Die will einen Kaffee. Ach, dafür sind die Cookies. Ach, da. Mhm. Pah, was ein Luxus hier. Ja. Ich hab keine Materialien mehr. Ach, die Pissnelke will einen Kaffee. Oh, ach, das ist etwas... Ist nicht so Chili-Mili. Okay. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufladen. So. Gut, dass es hier... Warteschleifen gibt. Und zwar muss ich den Kaffee aufheben und da rein. Okay. So, nun. Das ist wie bei all dir, ey. Ganz auch stundenlang warten. Aber gut. Wie die abgeht, ey. No. So, haben wir auch geschafft. Oh, ich glaube, da können wir gleich richtig abgoeden. Bam, 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 bam. Und Level 5. Okay. 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 Boah, was muss ich denn hier machen? Hallo? Ach, der will einen Fruchtsaft. Ja, sicher. Ach, jetzt muss ich auch noch selber backen, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Puh. Nehmen wir halt nochmal backen. So, ich komme. Äh, Ananas, das. Und dann da hin. So. Boah, ich kriege Black. Fisch muss ich auch füllen. Oh, guck an. Ach, da will schon wieder einer Croissant. Chillt doch mal, Alter. Ihr seid voll die Hetzer. Ey, mein Gott. Es ist ein bisschen tricky. gut keiner da haben wir fertig machen wir mal ein cut und ich sag mal bis denn